Wie vereinbart Laura Maria Rüper Baby, Partner und MeTime? Wie bekommt Laura Maria Rüper, 27, alles so gut unter einen Hut? Anfang des Jahres ist die Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden und durfte gemeinsam mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi, 30, einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Der kleine Leano Romeo ist ihr ganzer Stolz, aber braucht natürlich auch viel Zeit und Zuwendung. Untertitelung des ZDF, 2020 Dass Pietro in der Zeit den Kleinen hat Dass es auch in ihrer Beziehung super läuft, stellten Laura und Pietro immer wieder im Netz unter Beweis. Vor wenigen Wochen schrieb der Sänger zum Beispiel in seiner Instagram-Story, ich liebe dich. Und eine Sache wollte ich dir noch sagen, du bist nicht nur eine unglaubliche Frau, sondern auch eine unglaublich tolle Mama. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.